So, Glasek Neuheit, hier die Medusa Feuervögel. Wie ein Schub, ey. Bleiben wir noch lange in der Rüft, ne? Hammer, ne? Krämige Teile. Ja, moin. Schön. So, jetzt als nächstes die Whistling Airplane, auch von Glasek, auch Neuheit 2020. Auch schön, schöne Neuheit. Den nächsten. Hallo? Ja? Ja, warte. Weißblinker diesmal. Schicke Teile auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall empfehlen.